Weißt du was? Ich habe jetzt dieses Buch gelesen, Julius oder die Schönheit des Spiels. Und ich habe wieder richtig Lust gekriegt, Tennis zu spielen. Ja, und Tennis zu gucken. So ging es mir auch. Und was ich am tollsten fand, war, wie er beschreibt, welche Faszination dieser Platz auf ihn ausübt. Also diese geraden Linien, die Berechenbarkeit des Balls. Also wie er überhaupt spielt, das fand ich super schön. Ja, und dass er oft den schwierigeren, aber den schöneren Ball wählt und nicht so ein Eierlopp oder sowas. Genau, so ein Lümmelball. Und dann ärgert er sich über diese blöden Netzroller. Ja. Und ich glaube auch über die Leute, die sich über Netzroller freuen. Mhm.